Ich schaue mir die neue Sensorlupe von JJC an, die ist ziemlich neu auf dem Markt, macht eigentlich das gleiche was die anderen Sensorlupe auch machen, die vergrössert sich den Dreck USB betrieben und sie hat ganz normal zwei so CR2032 Batterien, die ich relativ einfach kann hier oben rein und wechseln und am Schluss verschliessen, gefällt mir eigentlich sehr gut vom System her, mit dem einfachen Versliessen, bei der anderen muss es zum Teil ein bisschen zwei, vier, sechs LED´s, also sicher ein sehr nützliches Utensil für die Betrachtung von dem Sensor oder vom Dreck auf dem Sensor und das ganze kommt noch mit einer praktischen Transporttasche, wo man es dann auch mitnehmen kann und ja, top Sache, zuschlagen, geht zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank.